Gestern hat er sich mitgemäht an den Rundern und Nuss. Und da kommen wir natürlich auch an die Berge-Equipe, aber da können stellvertretende vierte Equipe, Jimmy Angoulbin, und da rufen wir Tempo-Team auf den Podium. Vertreter von Tempo-Team für den Jimmy Angoulbin dann Kaskett als Meilleur-Equipe zu überreichen. Miss de la Grande Région, Wannstein, Aufmann auf den Podium. Applaus 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 Bravo Jimmy Applaus Vielen Dank.